Heute stelle ich dir ein Buch vor, das mir sehr am Herzen liegt. Es ist eines meiner Lieblingsbücher und es heisst «Das Handbuch vom Ich» und ist geschrieben von Nikolaus Gutenberger. Dieses Buch ist ein modernes Buch und zwar geht es um das Erwachen, es geht um Erleuchtung. Aber nicht von einem Yogi oder aus irgendein Himalaya, aus einer Höhle, sondern von einem Mark. Und dieser Mark wohnt in der hüttigen Zeit genau hier wie wir auch. Und wie er seinen Weg ins Erwachen geht, das wird beschrieben in diesem wunderbaren Roman. Es ist ein Roman im Leben, das heisst, es gehört die Liebe dazu, es gehört der Beruf dazu, es gehört das Leben dazu. Es gibt Abenteuer, die Mark erlebt in diesem Buch und alles zusammen ist Teil seines Erwachungsprozesses. Das heisst, Erleuchtung findet hier statt. Wenn ich Nikolaus Gutenberger auch sprechen höre, dann sagt er das häufig. Es findet hier statt, es ist nichts für irgendwelche Auserwältungen, es ist etwas für alle. Und ich finde, es macht Mut, etwas zu lesen, auch zu lesen, wie Mark seine Schritte geht, was für Erfahrungen er macht. Und es macht Mut, das auch hier, jetzt in deinem Leben zu tun. Und dafür, wenn dich das interessiert, ist es ein ganz, ganz tolles Buch. Wenn dir dieses Video gefällt, dann abonniere jetzt an Charlie TV und schau dir weitere Videos an. Wenn du dich das nächste Mal einloggst, dann wird mein Video schon für dich bereit sein. An Charlie TV ist gratis. Das ist mein Wunsch, das so zu machen und dich dabei zu unterstützen, noch mehr in deine Kraft zu kommen. Bis bald. Tschüss. Das ist mein Wunsch, das ist mein Wunsch, das ist mein Wunsch.